Das sah nicht so gut aus, seine Jungs beim Freistoß, Streit, Scherz, die 69. Minute, eine eiskalte Dusche für Fürth, mitten rein in ihre Drangphase, schlägt Matthias Scherz zu, aber das war richtig klasse, sein viertes Saisontor, Köln in Unterzahl, Podolski draußen und bei Scherz war Sascha Rösler im Getümmel, wirklich sehr eindrucksvoll, dieser mächtige Kopfball von Scherz, übrigens sein erstes Kopfballtor in dieser Saison, aber wir gucken nochmal hin. So, Rösler bei Konstantinidis, Westermann bei Scherz und dann löste sich die Zuordnung auf, Rösler siegt Scherz überhaupt nicht.